Heute sind wir im Tessin in der schönen Schweiz, der genaue Ort ist La Verteza. Heute sind wir für Dreadful Art of Motion Nature. Es sind 18 Freerunner weltweit hier und die competen heute und haben Spass. Das Publikum wird ein grosser Event. Unsere Freerunning-Routes starten mit naturalem Bewegung. Naturalem Bewegung war ein Method von Georges Hubert. Er studierte die Weise, dass die Menschen in ihren naturalen Umständen, meistens die indigenösen Menschen, und er wusste, dass sie sehr limber und sehr leicht durch ihre Umstände gehen konnten. Das versuchen wir nur mit dem modernen Flaver zu bringen. Wie funktioniert sie mit dem Flaver? Die Flaver zu bewegen sich in den nächsten Jahren. Wir werden hier vier Kriterien, das ist die Flaver zu machen. Ist das eine Doppelflip? Ist das eine große Lange auf eine Reihe? Einen Raum. Ist das die Flaver zu fallen? Ist das die Flaver zu bewegen? Ist das die Flaver zu machen? Ist das die Flaver zu machen? Ist das die Flaver zu sorgen? If he doesn't connect them well, If it's not 1 3rd run, you will get a minus to the carry o which brings his score way down. Musik 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 In dieser Bereich ist es für mich für mich, weil du nie wißtst. Wir sind oft auf der Fläche und wir wissen, wo wir landen. Aber jetzt können wir landen hier, und dann geht es hier. Musik 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 Uns� druck das Lachlan Musik Musik wissen wir die Bank für die Zeit